Jannik erst mal, 23 Jahre alt. Ich bin der Momo, ich bin auch 23, waren nur beide damals in der Schule, wir kennen uns deswegen schon länger. Ich freue mich auch wunderbar auf den Kickertisch, weil wir dann draußen hier im Garten halt, wie ich meinte, zum Beispiel WM verbringen können. Sobernächte auch entspannt hier kickern mit den Jungs. Wir sind bereit. Ja! Wir sehen, ob du das auch am Tisch kannst. Komm! Oooo! Was ist das? Oh, man sollte ich es dir nicht. Was ist das? Was ist das? Das ist sehr nice, ne? Komm schon! Oh, das ist so schön.